Hallöchen, hier war Nausendan aus und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Battlefield 1 in der Open Beta. Wir spielen mal mit einem Ründchen auf Sinai, der Map, die in der Open Beta zur Verfügung steht. Und letzte Runde war ja relativ erfolgreich, fand ich, mit, ich glaube, 7.3 oder so, oder 7.1. Hallo, über den Felsen, danke. Okay, obwohl ich finde, mit dem Ammo-Pack hinlegen und sofort wieder was planten, das ist ein bisschen heftig, finde ich, als Support. Jo, erstmal hier fett über das Ding gehen. So, hier kommt auf jeden Fall erstmal hier so ein Ding dran. Dann hier auch. Oh, da ist so ein kleines Haus, scheiße. Bist mal raus hier. So, hier machen wir dann auch. Habe ich gerade gehört? Ganz wahrscheinlich eine Granate darüber schmeißen. Oh, lass mich raus. Ich kann's auch nicht sichern, ne? Ich kann's auch nicht sichern, ne? What's that? Tür zu. Hm. Erstmal killen hier. So, denk mit dem. Woops. Oh, scheiße. Hm. I'm ammunition for you. Okay. 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 So. So. Du hättest auch einer? dann meine ich nämlich das ist ich finde das ist ich glaube das ist nicht so gewollt da liegt aber noch so ein teil hoffentlich ist ja noch ein uhr aber 22 schon ist kann man so schlecht aber ich meine sache ich glaube das ist echt nicht so gewollt dass das also hallo danke rüber rüber lauf okay hallo ich habe getroffen tschüss was ist denn hier los hier immer ja genau genau hat er mit 17 überlebt der hunde ist ja nie war ja ich krieg dich ich weiß wo du bist mein freund nicht richtig das wollen wir noch weiter weg doch da schießt einfach ein sniper auf mich hier ist schon mal keiner drin so erstmal sichern hier so ist es oh jetzt haben wir alles hier toll tschüss so erstmal hier den Fallschirmspringer wegnageln so mal ein bisschen auf den dünner schießen komm jetzt zeig doch mal einen hier wenn ich mal wenn ich ein bisschen weniger quatsch bei dem spiel das ist da ist einer ähm dann liegt er daran weil das halt ein shooter ist tschüss mandor so tschüss mit dir du schmutzpuckel okay okay ja der Zugkopfschirmspringer wow wow Das Ding dann ist weg, ne? Kann dann sein. Wo ist der Zug? Ah, der kommt da hinten. Hey, 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 beruhig dich mal. So, hier, erstmal die Tür noch zu machen. So. 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 So, ja, erstmal einnehmen, einnehmen das Ding in. Oh. Da steht ein Sniper. Auf den Berg. Sauber. Sauber. Ein paar Punkte sammeln hier. Hey, hey, hey. Scheiße. So. Da lief noch einer gerade. Na, wo ist er denn hin? Ja. Schon gekillt. Jo, ich bin promotet. What? Gewonnen. Und wie. 7,4. Nicht schlecht, wird halt positiv. Genau so die letzte Runde. Schönes Ding. Und ich bin immer noch Rang 2. Nee. Und Rang 3. Und Rang 3. Geil. 90 Warbones. 2027, aber ist egal. Aber wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Aber ansonsten würde ich einen schönen Tag rein, schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Battlefield 1 in der Open Beta. Tschüssingen. Tschüssingen. Gra��� 2 1 3 3 0